Wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Liebe Schwestern, Brüder, dort sollen wir sein, dort wo er ist. Meine Frage ist, kann ich auch dort sein, wo Jesus ist, wo er überall ist? Wenn er da ist, wo ich bin, habe ich kein Problem, habe ich kein Bedenken. Ich freue mich, da er bei mir ist, wenn ich in der Kirche bin, wenn ich zu Hause bin oder wenn ich alleine bin. Anstatt dort zu sein, wo Jesus ist, ist es besser für mich, dass er da ist, wo ich bin. Dort zu sein, wo er ist. Jesus ist dort, wenn wir Eucharistie feiern, wenn wir sein Wort hören und uns gegenseitig austauschen. Da habe ich kein Problem, mit ihm zu sein. Jesus ist dort, wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Auch da habe ich kein Problem, mit dem versammelten Gemeinde zu sein. Er ist dort auf der Suche nach den Verlorenen. Er konnte es alleine tun. Aber kann ich auch dort sein mit ihm, wo er ist? Gehe ich mit ihm auf die Suche nach Menschen, die ferner vom Glauben leben? Oder Jesus wäre dort im Flüchtlingslager, wo diejenigen unter Schlumpf gefunden haben, die gerade noch ihr Nachtesleben hierher geschläft haben. Kann ich auch dort sein mit ihm? Liebe Mitchristen, von seiner Art her, von dem, was ihm wichtig war, wenn es danach geht, dann würden mir jetzt sicher eine ganze Reihe anderer Worte einfallen, an denen er viel eher zu finden wäre. Und genau dort, nicht nur im Gottesdienst, genau dort, wo Menschen Not leiden, in den ärmsten Brüdern und Schwestern, genau dort begegnen wir ihm nicht minder. Und vielleicht begegnen wir ihm dort sogar noch sehr viel unmittelbarer. Es ist zumindest ab und an einen Gedankenwert, vor allem dann, wenn wir uns wieder einmal anschicken, dort sein zu wollen, wo er ist. Denn wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Dieses Wort Jesu ist für uns ein Programm.